Ihr hört Himmel und Erde, das Magazin der Kirchen bei Radio Berg. Ich bin Manfred Rütten und hier folgt jetzt ein Beitrag der Evangelischen Kirche aus dem Bergischen Land. Jugendarbeit in der Kirche, das klingt für manche langweilig, ist heute aber viel mehr als nur Bibel lesen, kickern und Musik machen. Nächste Woche Samstag gibt es einen Querschnitt durch das, was möglich ist. Zum Mitmachen und Lernen. Das Jugendreferat im Evangelischen Kirchenkreis an der Acker hat einen Tag lang das Gemeindehaus in Engelskirchen reserviert, sagt Jugendreferent Harald Hüster. Das Programm der Mitarbeitenden Aufbauschulung zeigt, was alles möglich ist. Was wir jetzt ganz neu dabei haben, das sind Stichwort Grundkenntnisse und Einsatzmöglichkeiten eines Videomischers. Das heißt, wir reden nicht nur darüber, wir haben vier Mischer selber da, sodass die Leute wirklich selber was probieren können. Das Mischpult braucht man zum Beispiel, um Geräte und Kameras mit einem Rechner zu verbinden. So wird der Gottesdienst digital übertragen. Auch den Konfi-Unterricht als Hybrid-Veranstaltung mit Leuten vor Ort und solchen vor dem Bildschirm zu Hause kann man damit gestalten. Auf der Mitarbeitenden-Schulung geht es aber auch um kreatives Erzählen, Upcycling von alten Sachen oder die Rahmenbedingungen einer zukunftsfähigen Jugendarbeit. Das Interesse ist immer groß. Das heißt, es sind schon eine ganze Reihe, so um die 600, 700, die die Einladung kriegen. Und unterm Strich haben wir zwischen 50 und 100 Leute, die an dem Tag dann kommen. Wie viele sich genau anmelden, das bleibt bis zuletzt spannend. Denn die Mitarbeitenden-Schulung hat zuletzt vor drei Jahren live stattgefunden. Im ersten Corona-Jahr ist sie ganz ausgefallen. Im vergangenen Jahr lief die Schulung per Zoom. Vom Alter her sind die Teilnehmer bunt gemischt. Das ist ein breites Spektrum. Also alle, die sich jung fühlen. Offiziell geht ja das von, ich sag mal, 13 hoch bis 27. Wir haben aber auch 30, 40-Jährige, die noch voll in der Jugendarbeit stecken. Und die wollen natürlich auch für sich Schulung mitmachen. Und dann trifft so ein Spektrum zwischen einem engagierten 13-Jährigen und einem 40-Jährigen durchaus zusammen. Und das ist spannend, wenn die sich in einem Workshop begegnen. Drei Kurse darf jeder am Samstag belegen. Dazu gibt es Mittagessen und Frühstück für zusammengerechnet 15 Euro. Wir versuchen, die Kurse einmal so zu machen, dass nicht nur Leute, die bei Kirche zu Hause sind oder beim CVTM hier für sich was finden. Wir wollen auch gucken, dass Leute, die von außen die Workshops sehen, sagen, ach, das könnte ich belegen. Wer mehr über die Schulung in Engelskirchen wissen will, findet das komplette Angebot auf juref-ekager.de. Dies war ein Beitrag von Susanne Hart. Das war ein Beitrag von Susanne Hart. Das war ein Beitrag von Susanne Hart.